Jo, liebe Leute, wenn ihr so draußen unterwegs seid und es euch zu blöd ist, auf den Wegen zu laufen, weil da alles voller Menschen ist, dann spielt doch einfach mal das Spiel, so wie hier im Volksgarten, mitten auf der Wiese zu laufen und zu versuchen, nicht in Entenkacke zu latschen. Ja, hier ist echt viel. Und da muss man manchmal schon mal ein bisschen aufpassen. Kann so ein bisschen kleiner Zeitvertreib sein und schützt sich auch davor, zu nah an anderen Leuten vorbeizulaufen, die einen anrotzen könnten, weil es ist ja doch gar nicht so warm und da läuft die Nase. Muss man mal ein bisschen hochziehen. Jo, geht raus, schnappt frische Luft, genießt die Sonne. Und, oh, jetzt kommt ein Weg. Jetzt muss ich aufpassen. Okay, kein Mensch. Ja, bis dann.